sexualmedizin ist ein relativ neues fach bzw der facharzt titel oder zuerst bezeichnung diesbezüglich ist relativ neu das sind mediziner innen die sich mit dem schwerpunkt sexualität spezialisiert haben zum beispiel gynäkologen urologen psychiater und so weiter und die sie dann in ihrem spezifischen fachgebiet durch sexuelle probleme durchleiten zum beispiel dass der urologe guckt ist alles mit den schwellkörpern in ordnung oder der gynäkologe guckt nach ist dort alles mit den funktionen in ordnung oder der psychiater guckt nach liegen psychische erkrankungen vor die die sexualität irritieren so